Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Ich spiele wieder mit den Darus, das ist immer der, wenn ihr meine Aufnahmen guckt, der am Anfang hörte diese Taste. Das ist immer er. Und Joy ist auch noch dabei, die springt da. Hallo. Ja, meinen Abonnenten haben sie schon vermisst. Ja, ich weiß. Deine Freundin, ne? Ja, klar. Weil wir auch zusammen sind. Ach, ich dachte du bist mit mir zusammen. Aha, aha, bedrückt mich da einer. Schon wieder. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Wir rennen nach Joy und dann nach hinten raus, ne? Ok. Ok, woran rennen wir nach? Joy, zu dir. Zu mir, zu mir, ok. Renn nach dir und dann portest du dich weg. Ok, komm zu mir, komm zu mir. Wir sind da los jetzt raus hier. Hier, hier raus. Hinter mir her, hinter mir her. Seid ihr hinter mir, oder? Ich bin neben dir, ich bin in dir, ich bin in dir. Äh, ok. Wir gehen gerade aus. Wo ist das Halbrunde Geräute? Wieso werde ich angestopst? Einfach weiter, einfach ignoriert. Einfach weiter. Ich hab nur noch einen, ich hab schon einen Hungerbank. Ich auch, ich hab schon zwei verloren. Ich hab schon zwei verloren, ne? Ich verliere gleich zwei. Ist normal, ist normal, ist normal. Zweieinhalb? Keine Panik. Ist alles normal. Wo ist das Halbrunde Gebäude? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht wo wir sind. Wir sind schon fast am Ende. Hier, hier lang. Hier ist die Köche. Ok, langsam, langsam, langsam geh jetzt. Ja, auf jeden Fall. Sonst haben wir gleich Probleme. 42 Tributes remaining. So, ich würde sagen... Mein Rücken juckt. Oh, soll ich kratzen? Komm her. Nee, das ist ein bisschen weiter weg. Ich kratze. Ich kratze. Ich kratze. Oh mein Gott, aua. Aua. Oh, schön. Ich wollte nur kratzen. Jetzt hab ich ein halbes Herz verloren. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein, ne? Was ist denn das, die Uhr? Ja, die Uhr. Da wird immer so viel sehen kannst. Da freuen sich meine Abonnenten wieder hier. Daraus ist schuld, dass ich jetzt in der Uhr bin. Wenn ihr was dagegen habt, dann geht auf seinen Kanal und schreibt mir noch einen netten Kommentar. Okay. Aber netten. Keinen Bösen. Schön das Kanal-Kommentar. Das schreiben sie weniger. Aber ja bitte Kanal-Kommentar, genau. Das schreibt bei mir an mich auch keiner. Das könnt ihr auch bei mir hinschreiben, gerne. Wasser, ich hab ne Hose. Ja. Ich hab sie einfach mal in euch reingeworfen. Geh doch weg. Die liegt doch daran. Keiner gibt's auf. Das ist gut. Ich heb's mal auf. Damit hau ich jetzt den nächsten. So mit einer Lederhose erschlagen. Oh, ich hab's heute. Ich hab's mit dem Versprechen. Ich hab schon drei Tage nicht aufgenommen. Du hast mit dem Versprechen? Was hast du denn versprochen? Ich verspreche mich. Also hast du's mit dem Versprechen. Du hast mit dem Versprechen. Ja, genau so. So meinte ich das. So, ich bin ganz oben. Mal sehen, was es hier gibt. Geh noch nicht. Mit Ruhe. Mit nem Fisch und nem Pfeil. Ich will auch was. Nichts, wir können runtergehen. Alle haben was. Außer ich. Ich hab nur Essen. Ich hab Essen. Aber nicht genug für uns alle. Das ist schlicht. Nur ein Fisch. Was ist passiert? Abgehützt. Hehehe. Aber keinen Schaden bekommen, oder? Nein, nein. Lol, lol, lol. Lol, lol, lol. Das ist das doof. Man rennt so ewig hoch, aber es gibt hier nicht viel drin. Jetzt kann ich nicht, warum wir hier immer hochrennen. Zwei Kisten. Da können auch... Ja, und war nur Scheiße drin. Da können auch die OP-Sachen drin sein. Ja, aber in den Halbrundengebäude sind ja viel mehr Kisten. Müssen wir gleich auch noch rein. Noch 34 Tributes. 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 Remaining. Tributes. Godboot und so, ne? Mhm. Achso, das ist noch nicht unten, das ist jetzt die mittlere Ebene. Aha, noch weiter runter. Seid ihr noch hinter mir? Ja, ich bin noch hinter dir. Also, ich sehe deinen Namen. Jetzt sehe ich dich. Cool. Wo der Halbrundegebäude muss... Hier lang, hier lang, hier lang. Genau, und dann rechts rum, ne? Mhm, ich hab Angst. Ist hier nicht irgendwo der Brunnen? Ähhh... Da unten ist wer? Wo? Da unten ist wer? Unter uns. Ignorieren. Guck. Einfach ignorieren. Gehen wir in das Gebäude rein, wo wir mit Tim reingehen? Das ist doch das Halbrund, das will ich doch. Okay. Wo Tim immer reingehen, genau, das ist Tims Gebäude. Tims Gebäude. Hoffen wir, dass keiner vor uns... Hoffen wir, dass keiner vor uns hier drin war. Ich denke nicht. Und da hast du dich auch versprochen. Und da hört man mein Hund. Wo seid ihr? Ganz weit weg. Dritter Stock jetzt. Im dritten Stock müsste die erste Kiste sein. Genau. Ich geh schon mal weiter. Das hab ich mir schon mal gemerkt, jetzt endlich. Äh, ja, okay. Was war da drin? Ein Helm. Oh. OP. Hm. Naja. Ein Schwert ist OP. Oh, ein Schwert fang ich gar keinen Kampf an. Ich schon. Na ja, ein halbes Herz ziehst du pro Schlag ab. Den soll er umgehen. Lass mich dran. Lass mich dran. Nein, 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 nein. Meine, meine, meine. Fick dich, ich hab nen Fisch. Okay. Kannst mir gar nix. Okay. Ich hab den Stick, ne? Wie war das mit, du, du hilfst... Ich hab auch schon, ich hab schon Sticks, ich hab Sticks. Du kannst es in ner Aufnahme abstellen. Es hört sich grad anders an. Oh, oh, oh mein Gott. Ich hab ihn auf den Mund. Genau. Genau das meinte ich nämlich. Man kann sie mich nicht abstellen. Es funktioniert nicht. So ist's halt. Ich bin ein böses Mädchen. Ganz ein böses Mädchen. Fremd sie jetzt auf ihren Kanal, den Kanal? Genau, ja, hab ich. Den haben schon gar schon welche gefunden und dann hat er mich angeschrieben und ich hab ihn eiskalt, oh Gott, ich hab das runtergefallen, abblitzen lassen. Ohhhh. Ohhhh. Das macht man nicht. Dann hat er gesagt, ich seuf mich nicht wie ne feine YouTuberin verhalten, hab ich gesagt, doch. Und warum hat er sich dir direkt angeschrieben? Oh Gott. Ist mir runtergefallen. Ja. Kein Plan. Er hat gesagt, ich mag diese Joy, da hab ich ihm ein Herzchen geschrieben und dann hat er mir ne Privatnachricht geschrieben, ob wir skypen können und ich so, nö. Ich hatte leid. Wo bist du? Habe ich viel Bock dazu. Hinter dir. Alex? Ich oben. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir nicht weiter hoch. Auf dem Weg nach oben. Ich renne einfach nur schlags hoch. Ich hab eine Kiste mitgenommen, die auf dem Weg da an der Treppe ist, ansonsten hab ich keine mitgenommen. Ich erkundige mal hier ein bisschen. Joy, bleib du bei Wasser. Erkundige. Ohne I, bitte. Erkunde. Du erkundest nur. Ich weiß gar nicht, wo ihr alle seid. Ich geh einfach den Turm hoch. Ja. Oben ist Wasser. Wo ist er? Noch nicht. Das dauert noch, bis ich oben bin, aber. Ich hab gerade... Ah, da ist die Kiste. Ich hab ne richtig geile Idee. Ja, die andere Treppe ist hier, hab ich mitgenommen. Alle anderen nicht. Ja, ich guck wegen anderen. Ich hol mir jetzt die beiden Kisten ganz oben an den Glasscheiben. Da bin ich jetzt gerade dran und dann ist alles gut. Ah, so ein Bogen, ein Knochen, ein Kleid. Ähm, ich hab zwei Eisenhosen. Zwei Eisenhosen. Eine will ich mitbekommen. Also ganz eindeutig. Okay, ihr seid okay. Okay. Ich finde, ihr seid schon mal so ein bisschen tanky tanky. Ich hab ein Steinschwert. Tanky tanky. Ja, tanky tanky. Tanky banky. Ich hab ein Steinschwert. Ich bin gleich toti toti. Wieso? Ich hab das Gefühl, dass ich toti toti bin. Ja, komm doch hoch zu uns. Ich bin schon wieder ganz unten. Oh. Das war schuld. Ich pack das schon irgendwie. Da vorne sind schon mal Kühe. Ich hätte schon mal Essen. Ich hab auch nur ein Hühnchen. Aber ich hab kein Schwert. Also werde ich ihn nicht töten. Einfach nur ein bisschen ärgern. Aua. Wo bist du, Joy? Äh, ich komm dir, glaube ich, gerade entgegen. Ja, nicht, dass ich gleich einmal nach vorbeilaufen oder so. Ja, ich bin auf dem Mikro... Da, 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 da. Warte, Eisenhose? Ja, gib mir die Hose an. Gib mich die andere Hose hinter den... Den, ähm... Ja, liegt sie auf der Treppe. Dingens. Gut, unten ist nichts mehr. Da hab ich alles geguckt. Ja. Seht ihr euch das für eine Hose? Äh, ne. Gar nichts. Also ich muss ja gucken, wo die Sonne steht. Ich will gucken, ob wir hier bleiben und die Kisten nochmal aufmachen. Ich komm auf jeden Fall gleich wieder zurück. Siehst du die Hose irgendwo? Äh, die Hose. Denn... Die Sonne? Wo bist du schon wieder hin? Ich bin auf der gleichen Tasche noch geblieben. Ich guck grad, wo die Sonne ist. Ähm, ne, weiß ich gerade nicht. Ähm, mein Hungerballchen macht schon ein bisschen Ratatatam. Noch ziemlich weit oben die Sonne. Lohnt sich nicht zu warten. Ähm... Wie viel Leben hast du noch? Also Hunger... Ich bin ganz voll. Gut, dann... Da kommt noch an sich was. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab ein rohes Fleisch gegessen und einen Apfel. Okay. Okay. Ich hab jetzt noch... noch was hinter. Noch 17 remaining. Das ist auch nichts. Ich glaub hier kommen wir auch nicht weiter runter, ne? Ganz easy machen wir das hier lang. Upp. Oh scheiße. Oh, es ist ganz gefährlich, mir hinterher zu springen. Oh nein. Hier gibt's keinen Eingang mehr. Was... Was los? Oh, ich dachte mir, ich geh mal aus nach dem Haus lang. Lol. 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 Ich seh dich aber noch nicht. Ähm... Ich lauf richtig rum. Ah. Komm ich hier rein? Nein, hier ist eine Glascheibe vor. Verdammt. Oh Gott. Hallo. Hallo. Ich seh dich. Ich auch. Oh schön, warte. Wo bist du? Was mach... Da hier... Hier hinten kannst du raus. Wenn du hier rumkommst... Wo denn? Hier bei mir hinten. Hier ist wieder Baum. Ah! Oh, ich hab da runtergefallen. Alter. Du musst hier einfach rum. Ganz rum? Vorne oder was? Ne, hinten. Da. Ach da. Zu die... Ich... Ich steh gleich dort beim Fen... Fenster. Wo bist du denn? Hingerannt. Warte. Da. Hier. Jetzt bleib doch mal stehen vor dem Fenster. Du gehst jetzt von dir aus nach links. Glaube ich. Ich seh das nicht. Ja, da wollte ich ja auch hin. Dann bin ich extra zurückgekommen und du gesagt hast, da kommt man irgendwo lang. Es ist dunkel. Ja, hier kommt man auch. Oh fuck, wir sind an einer doofen Stelle, für das das dunkel wird, ne? Quatsch. Die Stelle ist gut. Ja, die Stelle ist total gut. Wo kommen wir hier rein? Wo kommen wir rein? Hier. Nochmal mal rum. Hier ist Busch. Äh. Äh. Da soll ich her? Ja. Puh. Du schaffst das. Ich überleg, ob ich nicht lieber aus dem anderen Gebäude rüber springe, auf die andere Seite. Alter. Komm. Da kommt man nicht rum. Da muss ich springen. Da ist ein Loch. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Geschafft. Oh. Ich muss noch drei Sprünge machen, bevor ich rum bin. So. Achtung, pass hier auf. Hier, hier ist gleich ein Loch. Oh. 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 Geschafft. Wo ist ein Loch? Pass auf, pass auf. Oh Gott. Oh. Ich geh wieder nach oben. Ich geh jetzt noch mal leer machen. Das ist wie Autofahren mit meiner Mutter und meinem Vater. Pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf. Ah. Sehr schön. Noch besser. Ich werde sterben. Ich spüre das. Wo bist du denn? Warum bist du denn unten alleine? Ich bin in der Mitte. Ne, oder? Doch. Wieso bist du in der Mitte? Ohne uns. Du bist ein Depp. Ich hoffe, du stirbst. Nein. Ich hole uns geile Sachen, dann gewinnen wir. Ja, oder das ist auch gut. Oder du stirbst und dann verlieren wir. Wir verlieren uns. Ne, wieso? Dann gewinnen wir halt zu zweit. Schmeiß vorher die guten Sachen, die du schon hast, weg, damit wir die wiederfinden. Ja. Schmeiß die in die Kiste. Ich hab nur ein Schwert. Ha, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Geht nicht mehr. Aber da ist sowieso noch nichts drin, oder? Die Kisten sind noch nicht refilled, oder? Ähm, ne, noch jetzt. 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 Eisenbahren-Stick-String. Ich geh runter. Ja, geh runter. Oh, ich krieg die zweite gehste nicht. Aha, aha. Ne Brust, ein Apfel und ein Stück Fleisch. Sehr gut. Brust hab ich noch nicht. Fuck. Hast du das verdient? Das hast du verdient. Da waren zwei Leute. Da waren zwei Leute. Drei Leute. Also, so wie ich es höre. Auf jeden Fall laufen die mehrere rum. Bist du jetzt tot, oder was? Ja. Das waren zwei Leute. Einer von hinten. Den anderen hab ich einfach umgehauen. Viel mehr. Wieso läufst du auch alleine rum? Das haben wir dir gesagt. Ich dachte, man kann das tun. Das haben wir dir gesagt. Oh Gott. Ja, das ist eigentlich auch der Sinn von dem Spiel. Aber wenn wir... Wo bist du? Oh, ich dachte du bist... Du bist ein Gegner. Oh Gott. Hast du mich gesehen, oder? Hast du dich überholt, oder wie? Ja, ich hab dich gesehen und da hab ich mich voll erschrocken. Ich lauf mich einfach hinterher. So alles. So Geist und so. Mach mal. Ja, wo sind die ganzen Küsten hin? Da, wo sie immer sind. Hier zum Beispiel. Ich bin verschwunden. Brauchst du nen Helm? Hast du Scherz, oder was? Ey. Ich hab kein Schwert, ich hab gar nichts. Komm mal her zu mir. Oh, bitte denn. Ach da. So, hier. Dann geb ich dir mal die Axt. Die ist gut für dich. Und Hose hast du schon, ne? Ja. Hier kann man runterspringen. Schön, dass man das kann. Wir gehen lieber den sicheren Weg. Du hast ja schon ne gute Idee. Du bist schon in die Mitte gegangen. Das war deine gute Idee heute. Ich hab immer noch ne Idee. Den Weg nach unten ein bisschen. Pststst. Hier macht irgendjemand grad lau kaputt, oder was? Irgendwie sowas. Der Welt hat was. Ja, das hört man doch, oder? Ich hab keinen Ton an. Tuck dich mal. Hier ist irgendjemand. Kann man nicht aufs Nachbargebäude überspringen? Besser nicht. Siehst du irgendwo nen Namen? Ich war das. Du machst hier den Dienstgebot? Ja, ne. Ich bin da rumgelaufen. Hör doch auf hier. Ich hab mich doch nicht so'n Schrecken ein, ey. Ihr seid OP. Vielmehr so halb OP. Ein Tank. Joy muss auf jeden Fall vorrennen. Wieso ist die Tank? Ja, die müssen Fokus auf Joy haben. Ja, damit ich zuerst sterb. Genau. Und dann kann man sie alle kaputt machen. Ja. Und ich bin tot. Ja. Idee. Okay. Die könnten auch runter gehen. Die in der Nähe welche? Hier müssen noch Kissen sein. Oh, da geht's tief runter. Hier muss aber hinten eine Kiste sein. In mir, glaub ich. Scheiße doch. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, als du plötzlich vor mir stand. Mein Gott, wer hast du denn, ey? Ja, das kann doch einer sein, der... Brauchst du ne Brust oder ein Holzschwert? Ein Holzschwert wär cool und ne Brust auch. Brust? Oh, was ist das? Zehn sind noch vorig. Als Beobachter. Ich hasse sie. Dann sind wir mal auftauchen. Soll aus, als wäre die Treppe hochgekommen. Wir suchen jetzt ein Crafting-Tape, okay? Okay. In der Bücherei ist jemand. Die Bücherei ist direkt bei euch. Ein Gebäude nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Links oder rechts neben uns? Schwer zu sagen. Also, so wie ich grad gucke links. Das ist die Bücherei, ne? Die Bücherei ist hinter diesem Gebäude. Wir gehen einfach hier vorne auf die Straßenhäume ab. Rennen wir oder laufen wir? Ich gehe ganz normal. Okay. Rennen und Laufen. Da ist die Bücherei. Wo? Neben uns. Ist das da? Ja. Egal. Ne, das ist die nicht. So eine riesige Bücherei. Da ist die Bücherei. Da ist die Bücherei. Da sind ganz viele Bücher, genau. So eine riesige Bücherei. Ja, die ist da. Wir sollten weg. Ja, ja. Ich will jetzt hier am Ende der Straße. Muss irgendwo ein Crafting-Table sein. Ich weiß noch nicht mal ob links oder rechts. Ich glaube rechts. Warum rennst du? Hast du so viel Essen? Da ist einer. Ja, da vorne ist einer. Da ist einer. Ja, da vorne ist einer. Da ist einer. Ne, da bringt das Schneidschwert, was du machst mehr. Okay. Hast du noch einen Pfeil vielleicht? Oder einen Bogen? Ja. Pfeil habe ich noch. Aber keine Bögen. Das ist gut. Ich habe einen Bogen, dann habe ich ja schon mal ein paar Pfeile. Gibt es mir jetzt noch alles? Ich habe dir einfach alles gegeben, was ich habe. Ah, super. So viel brauche ich auch nicht. Ich sollte nicht mehr so offensiv spielen. Ja. Wir spielen nicht offensiv. Wir sind ganz unentdeckt. Was ist da hinten? Wir gehen mal, ähm, weiß ich nicht. Richtung, äh, außenrum. Ich hab, du, ich hab ein bisschen Angst, irgendwie. Angst? Wir sind doch jeden Tag im Games. Die Leute haben auch einen guten Grund zum Angst haben. Halt die Fresse. Guck, dreh dich mal um und schau mal, schau mal ein bisschen Wasser. Ja, ich weiß mal alles. Ach, jetzt siehst du ihn wieder. Ach, schade. Jaja, ist ganz wahnsinnig gelaufen. Wir bräuchten eine Schüssel, das wäre ganz cool. Und Pilze, damit wir uns mal, wir haben nämlich krumme Nahrung. Und ich hab noch einen Apfel. Ich sehe hier auf jeden Fall keinen, außer euch. Nur euch beide. Und nur uns zur Antimitur. Ja, warum hier hinten in den Wald rennt noch mal so niemand rum? Was will man auch hier? Gibt's ja nix. Ach, jetzt sagen wir mal die Infonenten wieder. Nicht mit dem Eisenschwert, die das Bäume kaputt schlagen. Das nutzt das Schwert doch ab. In der Mitte sind zwei sich am kloppen. Und einer ist gestorben. Und da ist einer gestorben. Jetzt ist nur einer da. Und der ist jetzt wahrscheinlich OP ausgerüstet, ja? Äh, ja, der ist relativ OP. Einer ist an den, an den Häusern. Der hat aber so viel nichts. Wir machen ja unseren kleinen Waldausflug hier hinten. Genau. Wir gehen spazieren. Und einer, der hat gar nichts außer einem Steinschwert. Der klärt das auf. Ich muss doch gucken, wo wir hier sind. Auf der Bibliothek rum. Wir rennen mal hier ein bisschen weiter. Das ist das große Gebäude. Gibt's nicht drin, oder? Lol, ich hab mir Schaden gemacht. Ey, geil! Komm. Ich fall runter. Ghost OP. Ja, ja, ich hab ihn irgendwie in die Wand gebackt. Und dann bin ich da runter gefallen. Da ist ein Baum in der Wand. Ja, ich baue ihn beide mal. Die Sonne, die Sonne geht so runter? Das sind Chicken. Oh. Da oben. Ist da ein Ei gelegt. Lol. Der soll in der Wand ersticken. So wie ich es gerade geschafft habe. Aua. Tut mir leid. Riechst du von alleine wieder? Ja, ne? Ja, ja. Habt ihr euch gefallen? Nö, eigentlich nicht. Aber egal. Mir fehlen nur zwei Herzen. Das ist das Problem. Darum recke ich nicht. Okay. Bei zwei Herzen werden wir ja okay. Verstehe. Ja. Wir rennen wirklich außen rum jetzt um die Stadt, ne? Wir meiden jedes Gebäude. Wo sind wir denn jetzt? Was ist da hinten? Ja. Ist da was? Die Leute, die mich getötet haben, laufen hier rum. Wo? Oh mein Gott. Ähm, die sind, warte. Ich flieg mal eben hoch, damit ich Überblick habe. Ähm, die sind nicht bei euch. Gut. Ist ja schade. Ja, das ist gut. Wir gehen jetzt hinten in dieses kleine Dorf rein. Vielleicht gibt es da irgendwas für uns. Da war gerade eben jemand, aber ist schon was länger her. Ja, also zwei Minuten ca. Und der war nicht gut ausgerüstet. Wo? Eigentlich ist das voll scheiße, dass du uns die ganze Zeit sagst, wer wo ist. Wieso? Das ist voll unverfällig. Das ist voll unverfällig. Das machen wir aber immer so. Das machen wir immer so. Könnte ich was zu essen? Ich hab nur ein Apfel und Hühnchen kannst du noch haben. Ja. Da. Und ich hab auch noch Rottenmehl, wenn du was willst. Dann ess aber das Rotten zuerst. Oh. Oh. Nein, ist egal. Pack mal das Holzschwert. Was ist das? Was denn? Dieses Haus. Eine Ahnung. Hier gibt es ruhig Waffeentäbel drin oder sowas. Äh, ich könnte euch eigentlich den Code sagen. Hä? Für das, äh, für das Redstone-Haus. Wenn du mir sagst, wo das Redstone-Haus ist. Dann geht mir nochmal raus. Da. Jetzt hab ich mich wegzuloportiert. Warte, ich will erstmal gucken, was hier unten drin ist. Ach ne. Oh mein Gott. Nö. Geschichte. Die lese ich mir jetzt nicht durch. Redstone-Haus hast gesagt. Wenn ich mal eben mein Holzschwert in die Hand habe, um die Gegend anzulocken. Und dann hole ich mein Eisenschwert raus und dann haue ich voll OP um. Okay, wir gehen raus. Rechts. Dann draußen jetzt rechts. Ja. Und dann ist ja gleich ein Haus, das ist aus Redstone-Hälfte gebaut. Das, ja da ist es. Guck da. Okay, ja. Und da gehen wir jetzt rein? Ja, da geht ihr rein. Wo ist der Eingang? Da ist... Nein, da ist niemand. Eine Garage. Die Tür ist aber offen. Das ist schonmal schlecht, ne? Aber hier unten war noch niemand drin. Also hat noch niemand geknackt. Okay, was jetzt? Hier auf den Kopf drücken, oder? Oh ja, drück mal oben den Knopf. Den Code hat mir schon mal jemand eingegeben. Ich hab Sachen. Aber, ne, ne, die kommen runter, kommen runter. Wasser, komm runter. Nicht den Knopf drücken. Komm runter. Warte, warte, warte. Warte, da ist wer. Warte, da ist wer. Geht hin? Ich glaub, da ist wer. Da war ich. Ah. Hier, hier ist ein Knopf drinnen. Warte, 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 warte. Ich hab noch Zeugs. Ich hab noch Zeugs. Geh du, Knopf. Stell ich mal hier und sag, wenn einer von oben kommt. Drück einfach nur den Knopf hier drinnen. Da in der Wand ist ein Knopf. Hier in der Wand ist ein Knopf drinnen. Jemand hat das schon geschafft aufzumachen. Drück den Knopf. So. Und jetzt geht ihr nochmal hoch. Geht ihr hoch. Und unter der Treppe war ja ein Schalter. Den drückt jetzt auch nochmal. Den Code hat wohl jemand schon herausgefunden und der wusste halt nicht, wie man das weitermacht. Und jetzt drückst du den Knopf. Ja, mach mal. Drück mal den Knopf. Hast du drauf gedrückt? Mach du. Hast du gedrückt? Nee, ich komm mich dran. Ja, du musst von hier, vom Spinnennetz aus. So, hab ich. Gut, und dann gehst du runter. Dann gehst du runter. Okay. Und jetzt? Weiter runter? Ja, weiter rein. Da hat wohl jemand den Code geknackt und du wusste nicht, wie es weitergeht. Okay, und jetzt? Jetzt ist hier eine Truhe. Hier eine fette Truhe. Und dann drückt der hinten den Schalter hier. Den Schalter drunter. Oh mein Gott. Schade. 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 Ich schaue euch zu. Warte. Da pudeln sich zwei, die sind direkt auf einen los. Die haben, die sind zwei Teams. Das ist ein Dreierteam. Lol. Das ist ein Dreierteam. Ja, das wär da lustig. Ah nee, 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 nee. Der hat einen an dir Schwert. Lass mal den, lass mal den. Wo seid ihr? Der kommt, der kommt. Weg, 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 weg. Ihr müsst drauf gehen. Ihr müsst auf ihn drauf gehen. Beide zusammen. Und Wasser ist tot. Na, warum ist der denn? Ich hatte den Pfeil und Bogen auch in der Hand. Verdammt. Naja. Naja, egal. Egal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschau.